hallo meine lieben und herzlich willkommen zu der legung mit dem titel sein geheimnis und was verschweigt er dir auch etwas worüber er nicht spricht und vielleicht traut er sich einfach nicht würde es aber die sagen wollen mal schauen den fokus lenken wir jetzt auf sein geheimnis und ob er das doch noch verschweigt oder sich offenbart das werden wir herausfinden zwei positionen zweiter rodex zwei steine hier hast du bei der position nummer eins einen schnee obsidian und runik tarot bei der zweiten position hast du ein aquamarine und tarot der mystischen moment das ist eine allgemeine legung die muss nicht mit ihr resonieren aber die kann und du kannst dieses video auch komplett ansehen ich wünsche dir viel spaß fühlen sich hinein welche option passt sie am besten und ich starte mit der position nummer eins als erstes schaue ich mir an in welchen energien der mensch ist hier kommt der teufel als erste karte eine dunkle energie in diesem fall eine dunkle energie sei es er wird geführt er wird gelenkt von dem freund hier oben ja fünfzehnte trump karte fünfzehnte arkanen der teufel steht für unter anderem dunkle energien was ich hier noch ablese ist erschöpfung denn von solchen energien gelenkt zu werden kostet ganz viel energie ja und hier ist es schon am verzweifeln denn er sieht was er hier hinterlässt eine wüste ein land voller asche ein verbranntes land hier könnte es sehr wohl um seine triebe gehen ja dass er hier getrieben wurde und nicht immer wusste was er da eigentlich anstellt was er tut könig der stäbe ist erschienen ein feuriger mann ein mann vielleicht sich über angestrengt hat zu viel hat er geleistet zu viel hat er gemacht gegeben sich sogar aufgeopfert weil er eben wie so eine marionette von diesen energien des teufels gelenkt wurde könig der stäbe kann ein wider löwe oder schütze sein sei es im aszendenten im mond oder venus oder einfach ein mann der zu dem zeitpunkt oder gar in dieser lebensphase auf die du schaust als ein sehr aktiver mann war vielleicht jemand der seine sexualität nicht unter kontrolle hatte triebe gelöst das reicht mir schon mal wie sieht er denn dich zu diesem augenblick wer bist du in seinen augen für viele von euch ist es eine beendete liebesgeschichte eine beendete affäre etwas was schon zu ende gegangen ist ja man hat hier schon grabstein aufgestellt für die anderen ist es eine sehr schmerzhafte geschichte sogar bis hin zu einer krisenhaften phasesituation ist er denn dich als eine frau die am boden zerstört ist oder eine die guten gewissens diese verbindung hier gekappt hat sei es du hast hier satt ja von diesen energien des vorjahres er sieht dich als eine die aus der krise raus will oder bereits gegangen ist mag sein dass du schon auf einem anderen niveau bist dass du schon woanders bist emotional dass du da nicht mehr leidest aber es ist die finale es ist es ist sogar ein ende deines leides was sieht er noch schön wie die fäden des schicksals gesponnen wurden das musste so sein das ist so gekommen in deinem leben hat sich vieles verändert du veränderst auch gerne oder das leben das schicksal greift schon mal ein wo du nicht eingreifen wolltest da haben die höheren mächte keine geduld mehr mit dir gehabt ja sie hatten zwar genügend popcorn und haben sich lange genug das ganze hier was zwischen euch hier ab lief sich angeschaut aber irgendwann sagten die das geht nicht mehr ja und eingegriffen was ist jetzt wichtig wichtig ist es jetzt zu verstehen dass man trotzdem noch die chancen hat so ist es nur eine ganz kleine chance deine position ist stark königin das schwert erfällt und er wurde in die enge getrieben dein schwert ist eventuell hier auch da vorhanden es ist nicht nur dein schwert sind noch andere weitere sieben die in bedrängen die auf ihn zeigen sind wie zeigefingerschwerter was ist dein geheimnis was ist dein geheimnis die liebe wurde erstickt was noch was noch hattest du pech in der liebe aufgrund aufgrund deiner energie aufgrund deines verhaltens sein geheimnis ist hier dass er doch noch ganz genau versteht was er alles hier zerstört hat zunichte gemacht hat das ist jedoch noch potenzial gab zwischen euch oder gibt wenn du jetzt noch immer noch kontakt mit ihm hast hätte er hier nur sich anders verhalten hätte er hier nur mehr anständigkeit an den tag gelegt mehr nach höheren regeln höheren werten gelebt wäre die ganze geschichte hier anders ausgegangen aber nun steht im regen und unwetter verbreitet sich zieht immer mehr ein in sein leben in seine seele er gesteht aber eben er redet nicht darüber innerlich weiß er genau bescheid was zerstört wurde wo sein fehler war möchte er denn hier etwas verbessern naja wenn du mit siehst wenn du mit siehst vielleicht benötigt ihr beide eine begleitende person sei es es sind auch menschen die euch unterstützen euch Ratschläge geben die gut sind für euch oder die euch einfach die perspektiven nochmal aufzeigen so eine art mediator oder jemand der begleitet sei es geht sich sogar um die paartherapie je nachdem eine verpasste chance über die er hier nicht spricht verpasste chance auf mehr gefühle auf mehr liebe er hat sich als könig der stäbe aufgeführt anstatt könig der kirche zu sein jemand der gefühle hat und diese auch zeigt hast du deine gefühle zu oft versteckt oder wie soll ich das verstehen das musste so sein sagt er ich war fair gefühle habe ich oder hatte ich ja diesmal so eine legung für dich meine gute jetzt noch ein paar orakel karten na wenn ich schon die hier bereits gelegt habe mal schauen muss mal in meinem buch nachsehen was uns diese karte hier mitteilen möchte damit ich genauer weiß stelle inmitten der dornen interessante metapher geist unser geist kann die materie nicht ablehnen aber unser geist kann die materie transformieren man kann hier nicht sagen das sind meine instinkte das sind meine triebe ja denn es gibt noch geist es gibt noch etwas was komplett anders funktioniert da muss man weise an diese sachen hier herankommen man kann das hier nicht ablehnen aber man kann es transformieren die andere frage ist wie und es wäre hier am besten vorteilhaft sei es auch für diesen mann so dass er die materie und das geistige vereinigt und ausbalanciert ja und dies wäre sein weg zur erleuchtung oder damit würde er seine energien heben seine schwingungen heben nur das ist so ein innerer konflikt wohl sagt ich kann hier nicht anders doch kann man ja ok meine liebe das war jetzt deine legung und wenn sie dir gefallen hat würde ich mich sehr über einen daumen von dir nach oben freuen abonniere meinen kanal und vielen dank für deine zeit und eine unterstützung wir fahren fort wir fahren fort ich räuchere mit palo santo damit wir die energien und der ersten legung klären position nummer zwei willkommen sein geheimnis was verschweigt er dir zuallererst seine energien seine energien seine energien ein opfer ein opfer der umstände jemand der hier gerne die opferrolle abspielt eine bequeme position auch wenn es so unbequem ausschaut eine eigene welt die er sich hier geschaffen hat aus dieser welt kann man ausbrechen es geht ganz schön einfach man verändert nur noch die position aber es braucht seine zeit was noch hier bist du auch in seinem kopf das heißt du hast dazu beigetragen dass er jetzt er sich in der position der des gehängten befindet er überlegt sich was kommt als nächstes gibt es noch möglichkeiten gibt es perspektiven oder will sie hier abschließen bin ich noch für sie interessant wird sie sich bei mir melden soll ich mich bei ihr melden grübeln überlegen verharren nichts tun auf das gut glück hoffen sei es dass du hier mehr führung übernimmst dass du mehr in die zukunft schaust und etwas organisiert sie ist einen kran damit du ihn aus dieser position aus seinem sumpf hier rausholst oder dass du irgendeine interessante idee lieferst dass du schreibst und erzählst wie du dir denn das ganze mit ihm vorstellst er ist wie so ein pferd der jetzt in seinem sumpf verharrt und nicht so einfach raus zu holen ist okay wie sieht er denn dich außer dass er jetzt hier so viel verantwortung auf deine schultern verlagert wie sieht er dich denn noch naja du hast ja auch schon mal deine schramen du hast schon einiges erfahren zwar stehst du gut da und redest nicht über das ganze versuchst vielleicht doch noch sogar irgendwie zu kaschieren und als etwas ganz normales präsentieren aber es gibt sogar einen grund dass du dich hier von ihm distanziert sei es emotional oder dass du nicht unbedingt hier handeln möchtest einen ersten schritt machen die führung übernehmen das ist erstmal nicht in deinem sinne was noch da sagt er sie ist schon ein schlaues mädchen sie wird schon die richtige entscheidung treffen sie wird schon eine richtige lösung finden das weiß er sei es auch du lässt dir hier auch zeit mit den handlungen aber er ist ja guter hoffnung okay was ist denn sein geheimes was ist denn dein geheimnis mein lieber wenn ich da stehe war nur in der scheiben versteckt er hier seine anziehung seine begeisterung für dich für einige von euch ja so ein opfer ohne kraft ohne energie zum handeln ist er doch wohl nicht er brennt innerlich könig der stäbe brennt für eine wunderschöne frau die sich womöglich zeit lässt die sich mit sich selbst beschäftigt und eine aufrichtige fortführung sich wünscht so dass es sei es auch nach ihren regeln geht warum denn auch nicht wieso sollte es denn anders sein was noch hier sagt er noch deine haltung anmut verwirrt mich du bist sehr selbstbewusst du weißt dass du nach den sternen greifen kannst und ich finde nicht den zugang zu dir es wäre besser wenn du handelst wenn du als erste etwas tust ist er hier schüchtern mein lieber bist du hier schüchtern schüchtern hat eventuell irgendwelche komplexe so dass er sich ihnen nicht traut vielleicht denkt er ist er nicht der einzige er dich interessiert denn du kannst ja nach vielen sternen greifen okay wenn denn die frau etwas unternimmt wie würdest du reagieren naja wenn du so reagierst dann denke ich möchte die frau auch definitiv nicht unbedingt als erste etwas unternehmen oder etwas tun damit es anders funktioniert denn sie kennt ganz bestimmt schon mal den muster nachdem das ganze dann abzulaufen hat ja wirst dich zurückziehen immer noch bist du unerreichbar du zerstörst die wände nicht die schon eingebrochen sind du hältst immer noch fest an alten an alten mustern an alten verhalten an alten wunden vielleicht tischst du immer wieder mal auf und sagst ja damals hast du das und das gemacht man sollte doch schon mal drüber sein aber nein das bereitet dir freude oder spaß oder ich weiß nicht was gibt dir das so dass du dich selbst emotional aufwühlst und dann darunter leidest dann denkst du es gibt dir mies die menschen um dich herum sind unfair aber sie soll handeln aber die ergebnisse die sind für diese damen nicht schön damit hat sie auch nicht gerechnet oder sie möchte nicht mehr damit rechnen ach ok ja die opferrolle aufzugeben ist oft nicht einfach würdest du denn trotzdem irgendwann oder ist es irgendwie möglich dass du doch noch die dinge einsiehst und dich veränderst von alleine ohne unterstützung ohne gehilfe und ohne dass du diese frau hier ein wickel ist ja sagt er ja da muss er aber mit seinem ego etwas arbeiten ja ist nicht einfach ego strukturen aufzubrechen die sonne die sonne es gibt hoffnung meine liebe das freut mich schon mal ein sturkopf ach ok jetzt die botschaft von oben forgetting oneself sich selbst vergessen nummer 17 ich muss mal in mein buchlein schauen naja auch diese karte hier erzählt mir darüber dass er sei es er wartet einfach die bessere zeiten ab er könnte die zeit auch beschleunigen ja gefühlt könnte ich ihr mehr für progress sorgen aber das möchte er nicht er möchte die zeit einfrieren hier weiterhin verharren ja dann ist es wichtig für ihn meine liebe dann lass ihn doch mal vielleicht bekommt er dann wichtige erkenntnisse er hat sich hier auch selbst vergessen er hat hier seine eigene musik vergessen er soll sich an sich selbst erst mal erinnern er ist hier in so einem loch 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 irgendwo wo er sich selbst erst mal finden muss ja meine liebe das war schon mal deine legung wenn sie dir gefallen hat dann würde ich mich sehr über den daumen nach oben von dir freuen schreibt mir gerne einen kommentar ich lese es mir gerne durch ich wünsche dir alles gute viel kraft und geduld mit diesem mann und falls du tiefer schauen möchtest genau auf deine situation dann buche einfach eine persönliche legung bei mir dafür schreibt mir bitte einfach nur eine e mail wünsche dir alles gute und eine schöne und glückliche zeit mach's gut meine liebe ciao